der Macht von 3 und das 4 um 3 2 1 hallo hallo alle hallo das ist die 3 Gäste auf die ja und mann zwei Partnern Prozent um einmal die Käthe in Kronen den Erich die ja 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 so kommt Leute es hat ein bisschen floppiger und mal was um ja was soll ich sagen haben wir haben nicht gezwungen ein zu gehen wird zu machen trinkt er wird in was auch immer du gesagt hast trinkt er wird sich weiter eigentlich auch gar nicht aber ich muss euch einfach fragen die er das ist das was ich musste auch fragen ich gehe in die ecke wenn alle hier gezwungen das alles ohne Geld und ohne klicks und ab ohne abonnenten und so nahm das ist ein das ist so eine Show die wir jetzt gerade machen hier fängt es an wer hat mich hier jetzt unter er die wie folgt um die kommt immer am freitag oder so ich weiß auch nicht ja wir sind uns nicht einig hauptsache sie kommt irgendwann ein tag und das geilste ist die ist länger als normale LP folgen von mir zumindest gehen eine halbe stunde lang wer nimmt von euch denn die zeit also ich nehm die zeit ich nehm schon ich nehm schon mach mal alles ich hab hier so ne multitasking gaming tastatur die auch die zeit ausgeben kann wirklich ja alter oh ich meinte alte ok danke ja du bist ja auch die älteste von uns hier schäme dich jetzt fühle ich mich wirklich alt glaub's nicht ich glaub er weiß gar nicht wie alt ich bin das eric ich muss dir leider etwas sagen die ist eine alte frau mit grauen haaren was nein ich höre mich doch nicht so an wie so alt nie ganz locker doch noch älter scheiße scheiße nein Moment darf ich schicken nein oh man aber dann hört man euch gerne ein nennen 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 achten also wer sich auch wenn es nichts mit Minecraft zu tun hat dann darfst du ja aber schicken nachdem ich so scheiße in einem echten Leben so was macht ihr ich hab gerade Holz gesammelt und hat jetzt 60 normales als Erik warte ich komm ja schon bist du aber auch immer bei der Gruppe bleiben hat man schon im Kindergarten gelernt ja immer am Händchen halten und so ja so das sind wir jetzt geil soll man ein Haus bauen oder alle zusammen oder 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 wird sage ich so dunkel ja oder oder was wir bauen so eine Dorfsiedlung ein Dorfsiedlung ähm ich hab das größte Haus ach das ist Cola 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 was Leute bauen ein Räusses oder und bauen dann so ähm Anbäume ja jeder sein eigenes Haus in einer Art von einer Stadt äh ähm Ja nein ja nein Warum das Warum lachen die ganze Zeit? Das sind meine Standardwitze, da müsst ihr nicht drüber lachen. Ich meine, na gut, wenn ich so einen Komiker bin, dann ha. Jetzt lacht ihr wieder nicht, das ist so feige. Oder heißt das feige? Ne, feige, ne? Feige ist das... Hast du gerade was gesagt? Ja. Ich bin runtergefeigt. Okay, können wir mal zum Thema kommen oder so? Wir machen uns ein großes Haus, wie die B2LP. Ja, krass. Okay? Krass. 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 Los, du kannst das ja wirklich gut. Penis. Ja, oh nein. Ey, ich hab schon den perfekten Bauplatz gefunden. Nicht das Haus. Ähm, nicht das Wort. Meine Güte. Erik. Erik, hast du gerade in Wirklichkeit in Gegenwart einer Frau das Wort gesagt? Hallo, ich bin alt genug. Ja. Ja, aber trotzdem ist das, muss nicht sein. Okay, 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 vielleicht heute einmal zur Premiere, oder? So, wohin? Wohin? Ihr, schnell! Nee! Die müssen mir so viel wegmachen. Du willst ein großes Haus. Ja, ihr musst schon hier oben auf dem Berg irgendwo da ist, bei Freiwild und so. Okay, dann auf. Oh Gott, ich wär ganz nervös, jetzt kommen gleich die Creeper und so. Och man, das ist doch nicht schlimm. Ihr wisst, dass ihr eine Creeperphobie habt. Oh Gott, was solltet? Ja. Ich kann ja auch ein Sporn. Das ist genau. Wo seid ihr? Äh, ich bin hier oben in Berg. Alter, wir sind hier oben, wir sind hier oben, wir sind hier oben. Schön, dass du da bist. Ja, haha. Ich seh nichts. Hat jemand einen Stein von euch? Ja, übrigens, falls du es noch nicht wusste, die beiden nehmen auch auf. Ja, genau, muss sein. Du, was willst du jetzt, Alter? Äh, okay, willst du hier? Ich möchte den Stein, bitte. Ich hab keinen Stein. Och. Da musst du diesen Typen hier fragen, diesen... Ich hab auch nur einen Stein, warte mal. Warum ist der mal hier, ey? Okay, ich... Nein. Ich soll ja schon sein. Ist das Sand oder Stein? Also, ich finde das gut, dass wir so ein Plattenbiom für unsere Hausbauten gefunden haben. Ey, Leute, ich hab irgendwie Lust, mich in die Mine zu begeben. Also, ob wir hier in Hausbaut oder nicht. Ja, ich bin schon dabei, ich steine zu holen. Ich brauche nicht Steinen Sachen. Ich hol Steine. Ich hol Steine. Ich hol Steine. Das dauert mich zu lange. Ach ja, Achtung, Skelett, Katie, da nähert sich ein Skelett. Ach, Mann. Man hol Steine. Nein, und ne Spinnen. Und ne Spinnen. Scheiße, ich bin der Schamarsch. Ich verbrauche die Steine. Scheiße. Äh, Stein, Tulze, hilf mir. Oder hast du schon Eisen. Hilf mir, 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 hilf mir. Ich mach Gott nicht ein bisschen hier. Warum haben die Angst auf mich abgegeben? Ich töte alles, was mir nicht. Ich hab nur noch einhört. Ich hab nur noch einhört. Deswegen sagte ich doch, wir sollen pvp off machen. Ah, ein Schleuze-Creeper. Komm, bleib, 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 bleib. Oh Gott. Hab nur noch ein Skelett, wirklich? Ist nicht mehr witzig. Fünf, oder was? Ich muss eine kurze Schutzhöhle bauen. Ähm, ich wär nicht sagen, ne, aber da seid ihr. Ich bin hier im Dreck. Hier. Hier hinten links. Hallo. Was, was, was? Bist du doof? Ey. Ich seh euch nicht. Oh, scheiße. Nein, da sind so viele Skelette, da kann ich jetzt grad nicht. Ich bin hier. 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 Oh, komm. Hier. Hier. Ich hab nur noch ein Herz, hier. Hallo. Oh, oh. Armee der Skelette. Oh, scheiße. Baut zu. Ja, Mann. Joga. Lass mich doch nicht wieder sitzen da. Ui. Wir werden so sterben. Mann, wat für'n Fail. Wir sind sicher. Wo sind Erik? Ja, ich, ich. Ich werd hier grad kommen. Ein paar Skeletten, okay. Ach, nein, nein. Ach, nein. Wirklich. Ähm. Okay, Katie, wir bleiben jetzt hier drin. Ey, ich muss mich zu euch teleportieren, ne? Ja, ja. Mach das. Wir bauen uns derzeit etwas runter. Ah! Katie, betrifft mich einmal. Ich bin sofort tot. Katie, ich bin sofort tot. Jaaa. Ah, w-w-w-w-w-w-w-w! Hallo! Geh weg! Au! Mann, geh weg! Au! Äh, kann ich mal hier raus? Ich muss einmal raus. Ach, wo bist du denn? Ah, toll. Meine Sachen sind draußen. Ach, Mann. Ah. Ist die Grav-i-ti-ti-ti-ti-ti. Warte, ich muss einmal raus? Gebt mal, geht mal. Nein, Leute, es ist so schwer einfach rauszuziehen. Hallo? Wieso schlagt ihr mich? Ich muss einmal raus hier. was er gleich schon und so machen wir schon gesagt dass die Kastrophobie hat du in Minecraft ich habe alles ich habe Trieger vor die Kastrophobie es geht für zu so oft ich habe Geldgeilofie ich bin Klicklein für die Achtung nicht richtig was ich erstelle und bisher schon wieder explodiert ja es war mein Wert die Leute 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 die natürlich wieder so provozieren sein musste komm einfach hier rein ich habe das ist ein Skelette da meine Güte es ist dann so schwer einfach nur sich auf die Schaaf Skelette ah Wasser ich bin ich bin gleich tot ich auch Hilfe was für ein Zufall er hat geschieht und ich bin auch die Schäden mit dem Konkurrenz in den ich habe nur ein halbes Herz ich auch und ich habe ein halbes Herz Scheiße wir sind sicher heute ich mache mich am halbes Herz keiner bewegt sich so dass es jetzt erst machen sie auch aus an die hier gibt es noch offen der auch hier auch noch nicht ja ich und damit er ausgefunden haben die große essen zu essen kommt erst nicht an sich zu essen wir sind die Vögel wir sind die Vögel im Nest und warten bis die Mutter etwas bringt zumal Leute Erik oh ne ne Erik du kommst mir die ganze Zeit vor wie der zweite Jam Let's Play wieso? weil du dich so legendär ausdrückst wie der ich doch nicht weißt du was wir kramen uns runter ja ja und dann da unten gibts auch nichts zu essen ich hol jetzt mal was zu essen ah da ist ein Skelett das darf nicht hier rein das darf nicht hier rein kommen ich trau mich immer weg doch ey Leute alter wie cool du lachst ey das hört sich zu komisch an ja soll ich die Kühe hier töten? Leute Leute oh man wir haben ich hab glaub ich dein Zeug ich hab ja mal so ne Frage ja soll ich die Kühe hier töten? ist das das einzige Problem? weiß ich ja nicht oah ey oh man bringt mich nicht zum lachen ich kann nicht mehr aufhören gib mir mal bitte auch eine oh ein halbes Herz ich auch ich hab volle Herzen bittes hat jemanden aber zu futtern? ich will nicht auf die Ad sein ich will nicht ne das sag ich jetzt nicht ähm Leute okay gib mir mal bitte meine Spitzacke ich will ja nicht sagen slain by a zombie? okay ah wie geht nochmal dieses tp grad warum kann ich mich nicht tp ähm ähm okay das kommt alles in die Highlights wieso kann ich mich ach ey Leute ich muss einmal hoch meine Sachen sind da noch wo willst du noch? ey ich brauch meine Sachen noch ja heul der scheiß ja genau du hast alles einkassiert ich fahr mal hier wieder auf ich brauch meine Sachen wo bist du? ich seh dich nicht du bist unsichtbar bei mir hallo du hast alles einkassiert hallo 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 was nicht siolo ich fahr mal hier ich fahr mal hier ich seh dich gerade nicht das dauert immer nicht wisst ihr was? ich mach wirklich? warte mal ich join nochmal neu alter das ist die chaos die Folge die es gibt ja einer nie erlebt du hast da hoch ich muss da hoch geh mal weg da ich boxe mich hier durch ja du hast jetzt stein jetzt komm na wo seid ihr? los wo seid ihr? hä ich will ja nichts sagen aber ich muss jetzt auch noch hoch so dann gebe ich dir jetzt zählt den Restlichen der Ereignisse der Ereignisse der Ereignisse so ein Delfinskild die Kopfhörer der Ereignisse der Ereignisse Lass mich in Ruhe so soll ich jetzt ja auch zum Beispiel Spitzkirche Spitzkirche der Hälter ich mache meine eigenen Tuls zu dürfen weg praktisch kaputt Hilfe 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 die die ich werde hier ich werde nicht der und die ich gleich Dauer Abo jetzt wie war das mit dem ganzen Display überschlagen Oh Gott, wenn ich Ich glaub, dass keiner erfahren, dass das hier so ablief Nein! Ja! Ich glaub, du bist der einzige mit Tools hier Ich? Weil du hast? Ich? Du? Nein, ähm Du? Kann ich deinen Namen sagen? Welchen Namen? Deinen Namen? Meinen? Ja Ja, die wissen das doch Meine Scheiß-Abonnenten Die nie einen Kommentar schreiben Marc hat, glaub ich, alle Tools Nein Doch, ich hab gar nichts Du brauchst mich hier ein Ich versuch grad hier die Spinne hier oben zu fallen Mann, lass doch mal Mann, bau dich doch einfach raus Nein Ey Leute, was? Mir fehlen meine Sachen Ja, ich hab auch nichts Ich hab einen Sand, doch das war's Ich weiß, das ist ganz schön traurig Aber leider müssen wir auch mal ohne Bob der Baumeister leben Fick dich, du Spinne Okay, ich kann wieder rein Okay, ich kann wieder rein Kathy, baue überhaupt So, wie du's vorhin gemacht hast Komm, ich muss wieder runter Da oben ist der Zombie Die fliegt jetzt bestimmt rein Nein, der ist tot Okay, super Ganz ruhig War hier grad ein Creeper? So, Freiheit Ähm, hier war so ziemlich alles, was du dir vorstellt Oh Gott Wo ist die... Die bessere Verteidiger noch Ach man, ich schon wieder, ne? Moment, das geht ja gar nicht Weg Hey, guck mal Okay, ich krieg ein paar EP Au Nicht ins Auge Au Okay, jetzt haben wir erstmal alle Monster besiegt, oder? So Ja, können wir jetzt endlich mal schnell irgendwas vernünftiges hinkriegen Das fände ich auch super Vernünftiges Was? Das ist total langweilig Gib mir mal das Holz hierher Aua Ich bin schon wieder hier runtergeflogen Was? Sag mal, wenn wir das jetzt... Ich versteh nicht, wie man so lachen kann Ich? Ja, dann lach doch auch mal so Probiert langsam mal Das ist wie... Das ist gesund Lachen ist gesund Scheiße Ich hab nur noch einer neigreißen Lachen ist gesund Scheiße Ja, ich bin ja so der... Ich bin ja so witzig hier Müssen wir alle ein bisschen... Gehen wir jetzt mal etwas weiter, oder bauen wir jetzt hier bei der Kackstelle unser Haus? Ja, sofort, ich brauch... ich brauch Tools hier und so Können ja ein Klo draus machen Wir hat mir alles geklaut Als Erinnerung für die erste Folge, die so scheiße war Wir sollten hier so ein Gedenkmal hinmachen, ja Ja Warte mal So, nochmal... Sticks Wie von Anfang... Was will der Schwein? Ach, das schafft denn so von... Ich muss jetzt erstmal was zu essen haben Frau, wartet einmal ganz ganz kurz Nö Ich kann nicht mehr warten Was gleichzeitig gesagt Wenn man mal den Delay abnimmt So, wieder da Delay, Delay, Delay Delay, Delay Delay, Delay Delay, Delay Delay, Delay, Delay Delay, 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 Delay Delay, 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 Delay Nehmen wir schon auf Gut Ich hab Kohle, endlich mal Rechnen könnt ihr selber, ey Was? Geh weg! Ihr habt ja eh nicht in der Schule gelernt Ich hab nichts gemacht! Nicht, dass ihr euch wieder tot schlagen und dann beschwert ihr euch Ohhhh Ich muss hier weg Ich würde mich nie beschweren Heiß wieder... Katrin Katrin Ha! Kathy hat mich getötet Katrin hast du vorhin gesagt Aha Blämmlich, du kannst deinen eigenen Namen noch nicht mal ausbrechen Psch, 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 psch sie nicht gehen 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 die Werbung wieder aufstellen das ist auch eine aber egal ich habe eine er hat nichts gesagt eine dann ist das doch einfach mal echt so ein was soll ich nur mit euch machen vor allem Schlimm mit euch es war erst eine Folge euch ein Söder denn werden wie lange sollte durchhalten da war das nicht wichtig hochwertig ich habe ein Steinschwert ja okay ich lasse es aber nur weil du der zweite GLP bist wir hatten hier die Sapling oder wie das auch immer heißt auf Deutsch das nenne ich Samen nein die Baumsamen sind das nicht ich bin vergöpftet das dauert noch, ich hole mal eben ey Leute wenn wir jetzt nicht mal richtig voran machen dann werden wir nie ein Haus haben sie sind an der Schlimm-Skelett irgendwo und lass mich in Ruhe ja gut ich ruhe ja schon Holz ich habe mir wenigstens etwas geschafft ich habe sogar eine Steinaxt ich will sie ankommen ich werde sie benutzen ne oh ne aus ganzem Herzen so ein ich dachte schon was ist denn jetzt da kennt ihr das? oh mein armes Mikrofon das war jetzt beim Lachen die ganze Zeit überspannt ne überspannt ey Leute die Sonne geht unter oh nein nicht noch mal ist das dein Ernst? nein ja dann bauen wir schnell irgendwas ein Dirt, ein Dirt Haus Dreckhaus, ein Dreckshaus wir können uns doch hier in so einen Scheißberg reinbauen ok dann lass uns so einen Scheißberg nehmen Dreckzau Scheißberg oh wenn ich euer Lachen nur aufnehmen könnte ach tu ich ja gerade wo seid ihr? wo seid ihr? sowas schönes hättest du nicht verpassen sollen ich? wo seid ihr? äh irgendwo hier im Wald scheiße ja im Wald hab ich schon wieder das S-Wort gesagt äh äh ich hab jetzt schön viel Holz dürfen wir jetzt wo seid ihr denn jetzt? ach ich komm ich benehm dir ok wir bauen uns in diesen Berg jetzt ganz schnell rein Katie, Katie Holmes, komm nicht Katie, Cathy ich weiß ich mach das so nur um dich zu ärgern kannst mich nicht damit ärgern ach nein wirklich, Katie? ich hab ja auch gesagt Katie Katie du kannst mich da nicht mit ärgern weil ich Swag habe pfff du? du als alte Frau was? also ich hab schon mal ein Haus hier so ich bin geschützt tschüss komm ich mit rein? nö muss bezahlen das ist eine Liebeslöne ne da dürfen nur Leute rein die einen die Zwecke haben die Jolus Wecker haben aber nur Jolus Wecker egal ich will hier nicht mit dem Creepy zusammen spawnen 1,2,3, äh 4 so ein neues Haus hier will die nicht haben so, ne ich auch nicht ja, äh ja, Diamant-Level ist ja nicht, ne? würden sie bitte reinkommen? hat jemand Wolle? ich glaub du Mark hat Wolle, ne? du hast meine Wolle? was ist mein Name gesagt? ja du hast gesagt, die kennen deine Namen ich weiß wenn ich dann schnau mal bemerken ok habt ihr jetzt schon wieder ne Werkbank gemacht? nein, die hatte ich schon von vorhin ähm scheiße ok, ich kann ein Bett machen na toll hat noch jemand ne Werkbank? da sind doch welche aber ich kann noch eine machen wenn die Mauer so, nur aber öfter was, nur was? ey, wie wär's? wir machen unser Haus irgendwie aus tausenden von Werkbanken ja genau die Werkbank, das Werkbankhaus so kann wir machen, wenn wir ein Bär Rohstoffe haben, wenn du mal mehr eingesammelt hast oh hallo, wenn ihr mich alle tötet das ist ja sowas von didim so, kann jetzt mal irgendwas also ein Bett reicht nicht, oder? ich weiß nicht, wie der auf dem Server ist kommt drauf an, wie groß oh man wie du lachst, Alter wie Alter hallo, ich bin ja der Jüngste nee kann nicht sein pff kann nicht sein oh, Kelsey, ich dachte grad du wärst auf Creeper so pss ich weiß, was wir machen können pssss wir können jetzt ein Creeper so ins Bett mitnehmen was? nein und der explodiert dann ich geh nicht mit dem Creeper ins Bett oah das anhört, ey haha so ich hol ihm jetzt die letzten Schafe so, wer ist da noch dran? ah ja, der Zombie so wir machen mal zu diesmal benutze ich aber Optifan oh nö, ne da wird ein Schaf von zwei Creepern bewacht ich hol jetzt genug ich mach das jetzt ganz heimlich ok ok tsss könntet ihr mal kommen Wolle einsammeln damit wir schlafen gehen können damit wir sicher noch ein Haus bauen können und damit wir in den letzten 10 Minuten noch irgendwas zustande kriegen und oh, du hast doch schon Wolle alte Frau aber ich hab nur vier ganz geheim ne? Ganz geheim! Boom! Boom! Welchen Apfel? Jetzt versuchen wir mal ganz höflich zu reden. Magst du bitte ein Apfel, ne? Easy, I can take your Apfel. Und jetzt nimm noch diese... Das hasch ich? Ne. Ich kenne ihn nur so. Ist ja gar nicht so sicher. Haben wir jetzt eigentlich was? Ey Leute, wir haben nur noch sieben Minuten. Jetzt beeilt euch. Ja, ich bin dabei hier Wolle zu farmen. Ich mach ja was nützliches. Ich mach wenigstens mit Kisten, ey. Was? Erik, was hast du noch für Spiele? Aussammelkraft. Nein, ich bin nicht schon wieder sterben. Kommt drauf an, was du spielst. Was denn? Hex Alive oder was? Was ist das? Nein, das war nur so schwarz. Das war nur sein Vorschlag. Nein, weil ich möchte mit dir in ein anderes Spiel LP'n. Ich kenn dich zwar erst seit ein paar... Stunden? Minuten. Aber... Aber... Du bist wie der zweite GLP. Ja, und du scheinst mir auch fast Rack zu haben. Nein, sie kommt rein! 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 Scheiße! Scheiße! Jetzt ärgern sie doch nicht so. Ich ärgere sie nicht, das versteht sie schon. Das ist Diskriminierung der alten Leute hier. Nein, heute ist doch Weltfrauentag. Scheiße! Stimmt. Okay, ja dann... Willkommen, Cathy, in unserem... schönen Haus. Was habt ihr denn hier? Magst du bitte einen Sand nehmen? Oh, Cathy, du bist eine Frau, hallo! Okay, nam 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 nam. Knirsch, knirsch. Ich freue mich schon nach den ersten Kommentaren dieser... dieser komischen, ähm... dieser komischen achtjährigen Leute, die nur Minecraft spielen, ne? Ja, das heißt wahrscheinlich nur... Wie alt ist denn diese Cathy? Ich will mit dir eine Minecraft-Beziehung führen. Wie bitte? Das kommt vor, das kommt vor. Ich schwör's euch. Okay, äh... Ich bin glücklich Single. Kind genau. Keine Anfragen, es sei denn, die sind Millionäre. Oder... Ich gehe ja schon. Oder die haben alles wack mit Minecraft-Fame. Ey, Leute, Alter! Hey, ich hab auch schon. Ich hab zwei Betten gemacht. Hast du Minecraft-Fame? Äh, ich meine YouTube-Fame? Nein. Wie? 10,5 Abonnenten? Also ich hab 100... 21... Du zählst dich nicht damit dazu. Du zählst dich nicht dazu. Fick dich! 49 oder so. So, hier, ich mach zwei zwei Liebesbetten. Ich hab bald meine 50. Ey, was soll der Scheiß? Okay, Ladies first. Ladies first. Wofür? Wiss halt, warum? Na wartet, ey. Na wartet. Du schubst mich grad ausm Bett. Hallo. So, was schließt du auch dich drauf? Ja. Zu gar nix. Hm. Lalalala. Naja. So, ich glaub, wir kriegen kein Haus zusammen. Ne, pass auf. Ne, waddu. Tatatata ist auf einmal Tag geworden. Ja, es hat funktioniert! So, was von. So. War nicht getetetet. Nö. So, können wir jetzt mal was hinkriegen? Noch vier Minuten. Nein, Casey. Das umgekehrt zu setzen. Ey, Kati. Kati. Guck mal. Scheiß anders. Guck mal. Was? Guck mal. Aschloch. Das ist ein A-Bot, ey. Nein! Das ist echt diskriminiert. Ihr kennt die dann Sachen. Da. Ey, ich hab... Ich war das doch gar nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Sorry, ich wusste nicht, dass du schnappst. Renn. Renn. Das ist schnappst du dir. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Das kannlikum sein. Das war jetzt hinterhaltig. Das war jetzt hinterhaltig. Wieso? Rache. es ist nicht das ist dass die so er hat nicht mit euch kann ich echt nicht arbeiten mit euch auch nicht warte die immer größten kann es ganz kurz den Bogen werden zeigen nicht mehr machen Mr. Mark er ist da ist nächste Folge bitte pvp auf Torwürsungen weil es sei noch nicht so lebt und gerne an sein die Berliner Bogen bitte ich weiß jetzt ticken gibt noch ein weißt du was er immer wieder heißt sieb immer gibt das ist ein Krieger oder Trieger ich hieß ein Foto um und zwar keine Kamera die 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 ich baue schon mal tschüss ist ja immer so ich doch wenn sie mehr als ich Prozent ich kenne den was habe ich gemacht die Zeit auf einmal wieder voll angemauelt eher niemand mag na gut ich gehe ja schon okay Leute es ist nicht ich glaube ich habe mein Foto wo fangen wir an zu bauen hallo ähm in diesen scheiß Berg für wen liebe Freunde dann werde ich da drumrum bauen denke ich mal ne Toys weil ist alle voll verbombt hier ja wer war denn das was nehmen wir denn das hier ne hallo hallo ich dachte ich ich dachte ich mache hier ein Tree together ein Tree together was was ist das ein Tree together ein Tree together wie lange angenehm auf ja äh sag und schreibe 29 minuten natürlich 9 minuten vor der Scheiße war das jetzt so hart also ja das war lustige Scheiße naja aber trotzdem haben wir nicht zusammengekriegt hier ich fange jetzt einfach mal wie ich es mit meiner meiner schlechtesten Freunde ich fange jetzt mal mit einer Wand du heißt auch du heißt doch Mark ich heiße Mark mit C ganz wichtig ich bin genau was wird das tun k 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 wow k k k k k da ... ... n pa Keine Ahnung, wir haben angefangen zu bauen. Oh, ne, was ist der was? Ja, gut, ich hab ja, wie ist denn, in welche Richtung und wie und wie? Nein, komm doch mal bitte zurück zu unserem Berg. Müssen wir jetzt nicht endlich mal, wenn? Ja, nur nichts geschaut. Ja, wir sind ja gleich soweit, aber bitte, ich wollte euch noch ein Schild zeigen, was ich gemacht habe. Können wir nicht zumindest so ein bisschen länger machen und das rausschneiden oder so? Ne, Katie, tut mir leid. Oder wir machen Lächeln zwei Folgen, also eine Stunde aufnehmen und zwei Folgen. Nein. Hallo, Sohle, doch, beachtest du mein Schild nicht. Welche Schild? Scheißberg, lass uns kacken. Uns doch kacken, du hast das doch weg. Ich hab meine Güte. Hab ich doch geschrieben, da stand doch so, doch, nicht richtig da. Kacken muss großgeschrieben werden. Oh Gott. Und so mir leid. Okay, ich hab... Wie kommt mir gerade irgendwie so vor, als müsste sie uns erziehen. Und wir sind so die kleinen Rebellen so. Jeden Tag einen Streich machen. Na toll. Okay, danke, das war schon für die erste Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich will aber nicht tschüss sagen. Ich auch nicht. Oh, ich bin lieber noch mal ausmachen. Nichts, ich hab nichts gesagt. Okay, dann sehen wir uns, ne? Tschüss. Ja, bei der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.